Arbeitsspeicher ist leider sehr teuer geworden und wenn er etwas leuchten können soll, muss man nochmal ein gutes Stück tiefer in die Tasche greifen. John's Bow bietet mit den NC1 RGB Modulen allerdings eine gute und relativ günstige Alternative an, so dass man sich zum Beispiel einfach möglichst billigen RAM anschaffen und ihn dann selbst schick machen kann. Außerdem kann man natürlich auch seinen bereits vorhandenen RAM, der einem vielleicht zu langweilig ist, mit den Modulen upgraden. Alles weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Das günstigste 16 GB Dual-Kit mit RGB-Beleuchtung kostet zum Zeitpunkt dieser Aufnahme knappe 185 Euro. Der günstigste Standard-RAM hingegen kostet nur ca. 130 Euro, also 55 Euro weniger. John's Bow verlangt für ein Modul 11,90 Euro, also im Endeffekt rechnet sich das Ganze durchaus. Und wenn ihr euren vorhandenen RAM umrüsten wollt, macht so ein Upgrade natürlich auch viel mehr Sinn, als euer Kit zu verkaufen und ein beleuchtetes Kit neu anzuschaffen. Die einzige Einschränkung ist, dass man die Beleuchtung nicht beeinflussen kann. Es laufen einfach zufällige Farben und Effekte durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bald auch noch eine Version mit normalem RGB-Anschluss für Asus Aura Sync, MSI Mystic Light und so weiter geben wird, aber bisher ist das nicht der Fall. Im Lieferumfang befindet sich das Modul samt Kabel, ein kleiner Inbus-Schlüssel, eine Ersatzschraube, zwei Wärme-Light-Pads sowie ein Pad als Abstandshalter und zuletzt noch zwei kleine Kunststoffhalter, die für besonders schmalen RAM benötigt werden. Wenn euer RAM-Riegel keinen eigenen Kühlkörper hat, so wie hier, könnt ihr direkt loslegen und dann ist der gesamte Vorgang auch super einfach. Wenn er allerdings bereits vorher schon einen Kühler hat, muss dieser in der Regel erstmal entfernt werden und da muss man echt aufpassen. Die Dinger sind nämlich verklebt und wenn ihr da einfach dran rumbrecht, kann es natürlich passieren, dass ihr den Riegel beschädigt. Der Kleber ist oft so stark, dass man damit sogar die Speicherchips von der Platine reißen kann, also seid bitte echt vorsichtig. Es ist natürlich jeder RAM bzw. jeder Kühler etwas anders aufgebaut, schaut euch also genau an, wie das Ganze befestigt ist. In meinem Fall kann ich ziemlich einfach mit einem Schraubenzieher zwischen die beiden Aluminiumteile des Kühlers gehen und diese auseinanderdrücken. Mit etwas Gefühl ließ sich dann direkt schon eine Seite komplett ablösen, der andere Teil klebte aber deutlich stärker fest und da macht es Sinn, einen Föhn zum Erhitzen zu verwenden, um den Kleber etwas zu lösen. Mit einem dünnen Gegenstand kann man immer wieder versuchen, den Kühler leicht loszuhebeln, passt aber wie gesagt auf, dass die Platine nicht beschädigt wird. Wenn ihr dann den nackten RAM-Riegel in den Händen haltet, kann es weitergehen, der schwierige Teil ist damit auch schon geschafft. Als erstes prüft ihr jetzt, wie rum euer RAM im PC sitzt, damit ihr das neue Modul richtig herum anbringt bzw. damit die Kabel möglichst in Richtung eines Lüfteranschlusses zeigen. Dann schraubt ihr das Jonesbo-Modul auf und nehmt die obere Platte ab, legt ein Wärmeleitpad auf die Speicherchips und platziert den Riegel dann umgedreht auf dem Modul. Sofern euer RAM nur auf einer Seite Speicherchips hat, wie in meinem Fall, wird hier noch dieses schwarze Pad benötigt, damit der Abstand auf beiden Seiten identisch ist. Ist euer RAM beidseitig mit Speicher bestückt, reicht auch hier das Wärmeleitpad. Zuletzt legt ihr den vorher abgenommenen Teil des Moduls wieder auf und schraubt ihn fest. Damit ist die Installation beendet. Im PC muss der Arbeitsspeicher jetzt einfach nur wie gewohnt eingesteckt werden und dann verbindet ihr den 3-Pin-Lüfterstecker mit einem Lüfteranschluss auf dem Mainboard. Wenn ihr mehrere RGB-Module habt, könnt ihr sie in Reihe schalten. Stellt den Lüfteranschluss am besten im BIOS auf die volle Leistung, da dadurch die Helligkeit der Beleuchtung beeinflusst wird. Und mehr ist nicht zu tun. Die Farben laufen jetzt per Zufallsprinzip durch, mal einfarbig, mal mehrfarbig und das Ganze sieht meiner Meinung nach wirklich schick aus. In echt sehen die Farben übrigens noch etwas satter aus, als hier durch die Kamera. Für nicht mal 12 Euro, beziehungsweise im Falle eines Dual-Kits, circa 24 Euro, finde ich das Ergebnis auf jeden Fall top. Eure Meinung könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Sicherlich haben die fertigen RGB-Arbeitsspeicher gewisse Vorteile, zum Beispiel, dass kein Kabel benötigt wird oder dass sie sich per Software steuern lassen. Dafür kommt man hier aber eben etwas günstiger weg und kann auch seinen vorhandenen RAM upgraden und daher finde ich das alles in allem auf jeden Fall eine gute Sache. Damit sind wir dann am Ende des Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Feedback wäre wirklich klasse und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.